Erkennt ihr dieses Wappen? Schwarz-rote horizontale Streifen, roter rechteckiger Bereich oben links mit weißen Buchstaben, die sich gegenseitig kreuzen oder eine klassische Schildform, die nach unten hin spitz wird. Dies müsste doch das Wappen vom brasilianischen Fußballverein CR Flamengo Rio de Janeiro sein, oder nicht? Auch wenn man das so auf den ersten Blick so denken mag, ist das Wappen nicht das vom Flamengo. Das ist auch keine ältere Variante. Dieses Logo gehört jemand ganz anderem, und zwar einem brasilianischen Fünftligisten namens Acessación Atletica Flamengo São Paulo. Ähnliches Logo, gleiche Farben, Flamengo im Klubnamen und auch das Heimtrikot sieht den Original ziemlich ähnlich. Dieser Klub hat Flamengo förmlich 1 zu 1 nachgemacht. Und dies ist auch kein Einzelfall. Von Amateur-Ligen bis hin zu den obersten Profi-Ligen Brasiliens findet man eine Handvoll Teams, die den Weltpokalsieger aus 1981 förmlich kopieren und nachahmen, ohne jegliche Konsequenz. Flamengo ist hier aber nicht das einzige Opfer. Auch große und bekannte brasilianische Traditionsvereine, wie der FC Santos, Butafogo, FC São Paulo oder Vasco da Gama, werden sehr sehr häufig von anderen als Designvorlage genutzt. Manchmal wurde die Kopie sogar erfolgreicher als das Original. Wieso ist das so? Warum sehen sich so viele brasilianische Fußballvereine so ähnlich und wieso wird dagegen nie was unternommen? Das alles gibt es in unserem heutigen Video. Dieses Video hat sehr viel Zeit für Recherche und Arbeit benötigt für ein Thema, das denke ich nur die wenigsten interessiert. Ich möchte mit meinem Kanal auch über Themen abseits des europäischen Fußballs sprechen und über Ligen, Nationen und Vereine, die durch unsere eurozentristische Sicht oft keine Beachtung finden. Wenn euch solcher Content interessiert, dann würde ich mich auf ein Like und ein Abo von euch freuen. Teilt auch das Video mit euren Freunden, wenn ihr denkt, das könnte ihnen gefallen. Wieso gibt es in Brasilien so viele imitierte Fußballvereine und warum wird dagegen nichts gemacht? Mit 8.514.877 Quadratkilometern ist Brasilien das größte Land Südamerikas und der fünfgrößte Staat der Welt. Brasilien ist das Land, wo die Schere zwischen Arm und Reich am weitesten geöffnet ist. Diese Ungleichheit sieht man vor allem, wenn man die Bundesstaaten an der Küste mit denen im Landesinneren Norden und Nordosten vergleicht. Während Regionen wie Rio Grande do Sul, São Paulo oder Santa Catarina gut entwickelt und ziemlich fortgeschritten sind, kann man es zu den nördlichen Gebieten nicht sagen. Der Westen der Nordregionen des Landes ist industriell wenig entwickelt und nicht sehr gut erschlossen. Auch wenn die Region 45,27% der Fläche Brasiliens ausmacht, leben von 214,3 Millionen Menschen in Brasilien nur 15,8 Millionen, also nur ungefähr 7% der Bevölkerung in dieser Region. Früher war die Wichtigkeit der Region nicht so besonders hoch, da es dort nur den Amazonas oder paar kleine Städte oder Dörfer gab. Als 1922 Radio und 1950 dann auch Fernseher offiziell in Brasilien eingeführt wurden, waren die Bundesstaaten an der Küste deutlich schneller und fast jede Stadt hatte ihren eigenen Radio- oder TV-Sender. Im weniger fortgeschrittenen Norden gab es auch schon recht schnell Radios und dann auch später Fernsehgeräte, aber eigene regionale Sender konnte man nicht empfangen. Die einzige Möglichkeit, die es gab, waren Sendungen aus den entwickelten Bundesstaaten Rio de Janeiro, São Paulo und Co. zu empfangen. Da Live-Übertragungen von Clubs aus der Region für den Nordosten und Landesinnere nicht möglich gewesen waren, standen nur Spiele aus anderen weiterentwickelten Staaten zur Verfügung. Dies beeinflusste die Auswahl des Lieblingsclubs in Brasilien und bei einer Vereinsgründung inspirierte man sich sehr stark an die großen Vereine, die man regelmäßig im Radio oder im TV live erfolgte. Amerika Manaus, Dremdece, Gremio Coariense, Associação Desportivo, Vasco da Gama, Independenia SC, Santos FC Amapá, Gremio Esportivo, Yasiara sind so die bekanntesten von ihnen. Es gibt aber auch Vereine, die nicht aus den genannten Regionen stammen und trotzdem einem anderen brasilianischen Topklub ähnlich sehen. Hier gibt es auch eine logische Begründung. In Brasilien kann man sehr einfach einen eigenen Fußballverein gründen und man muss dafür nicht viel beachten. Viele Mannschaften werden im Amateurfußball durch Freundesgruppen erschaffen, die am Wochenende ein wenig kicken wollen. Meistens sind es Fans von einem bestimmten Verein, die sich bei der Vereinsgründung diesen zum Vorbild genommen haben. Zusätzlich haben viele kleine Vereine nicht die Ressourcen und finanzielle Möglichkeiten, eine eigene Sportausrüstung zu produzieren. Deutlich günstiger ist es, ein fertiges Trikot vom Lieblingsverein aus dem Schrank zu holen oder schnell einzukaufen. Auch wenn viele nicht mit der Absicht gegründet wurden, irgendwann mal ein Topklub in Brasilien zu werden, gibt es dennoch Vereine, die es geschafft haben, zu diesen aufzusteigen. Atletico Guyanense wurde zum Beispiel von Flamengo und Sao Paulo Fans 1937 gegründet und stieg 2016 in die höchste brasilianische Liga auf. Obwohl der Verein jetzt Liga-Konkurrent ist, wird der Verein immer noch von den beiden Fanlagern geliebt und supportet. Es gibt sogar Fälle, in denen der imitierte Verein größer als der inspirierte Mutterverein wurde. Amerika FC aus Rio de Janeiro wurde 1904 gegründet und spielte 16 Spielzeiten in der Serie A, die höchste Spielklasse Brasiliens. Während dieser aber aktuellen Amateurfußball gelandet ist, spielt der imitierte Klub Amerika FC aus Natal in der dritten brasilianischen Liga. Es gibt noch weitere ähnliche Beispiele, die wären Operario Ferroviario EC, Intua Arno FC, Gremio Novo Horizont Chino, Botafogo FC Sao Paulo und Botafogo da Paraíba, die zwar nicht besser als das Original wurden, aber dennoch sich in höheren Ligen Brasiliens etabliert haben. Es gibt auch Vereine, wo es nicht zu 100% geklärt ist, wer von wen geklaut hat. EC Juventudé und EC Sao José wurden beide 1913 gegründet, kommen beide aus demselben Bundesstaat, haben sonst nichts miteinander zu tun. Trotzdem sehen sich die beiden Embleme verdächtig ähnlich. Auch wird gerne behauptet, dass der FC Sao Paulo von EC Fortaleza geklaut habe, da Fortaleza 1918 und Paolo erst 1930 gegründet wurde. Der FC Sao Paulo hatte jedoch sein Schilddesign schon seit Gründung 1930, während Fortaleza diesen Wappentyp 1941 zum ersten Mal und seit 1962 durchgehend verwendet. Vereine, die sich nur zufällig ähnlich sehen, gibt es auch. EC Vittorio und Fluminense haben zwar ein fast übereinstimmendes Logo, Form des Wappens gleich, sowie das Überlappen der einzelnen Buchstaben und das C in der Mitte sehr identisch. Nur das Farbschema ist anders, aber sonst gibt es wenig Unterschiede. Hier jedoch hat sich weder Fluminense von Vittoria oder Vittoria von Fluminense abgeguckt, sondern sehr wahrscheinlich handelt es sich um einen Stil, der im frühen 20. Jahrhundert viel verwendet wurde. Ähnlich wie die Flaggenembleme früher in Deutschland. Wir wissen zwar jetzt woher welche Vereine ihren Ursprung haben, aber wir wissen immer noch nicht, wieso die großen Klubs das dulden, dass ihre Marken, ihre Identität von anderen, kleineren Klubs kopiert und teilweise komplett übernommen wird. Wie ich bereits erklärt habe, werden diese Klubs in den meisten Fällen von Fans eines bestimmten Vereins gegründet. Durch das Imitieren des Lieblingsvereins zeigt man seine Leidenschaft und Unterstützung zu diesen. Oft imitierte Teams wie Flamengo, FC Sao Paulo, FC Santos oder Botafogo profitieren davon und sehen keinen Grund dagegen vorzugehen. Sollte doch ein großer Klub mal auf die Idee kommen, dagegen vorzugehen, würden sie sehr wahrscheinlich verlieren. Die Mehrheit der imitierten Fußballvereine sind schon etwas älter und verwenden schon seit über 5-6 Jahrzehnte die Identität eines großen brasilianischen Fußballvereins, ohne dass jemals dagegen geklagt wurde. Bei imitierten Klubs, die vor ein paar Jahren gegründet wurden, würde es theoretisch gehen und aus diesem Grund gründet heutzutage kaum jemand solche Vereine, aber bei welchen, die schon 50, 60, 70 Jahre auf dem Buckel haben, wird es sehr, sehr schwierig dagegen vorzugehen. Dazu profitieren viele Top-Klubs in Brasilien von solchen Vereinen, wie wir gelernt haben und zusätzlich sind diese imitierten Teams unter der Fangemeinde sehr beliebt. Oft entwickeln sogar die kopierten Vereine, wenn sie größer werden, eine eigene Identität. Atletico Paranaense hatte beispielsweise seit Gründung ein Flamengo-ähnliches Emblem. Als der Klub allerdings 1996 in die Serie A aufgestiegen ist, endete man das Logo, um mit Flamengo nicht verwechselt zu werden. Dasselbe gilt auch für Atletico Go, die vorher ein Sao Paulo inspiriertes Wappen hatten und dies paar Jahre nach dem Aufstieg 2016 neu designten. CA Bragantino hatte auch ein FC Santos-ähnliches Wappen, aber dieses wurde nach der Übernahme vom österreichischen Energy Drink-Haschela Red Bull geändert. Aber brasilianische Klubs kopieren nicht nur von anderen brasilianischen Klubs, sondern auch welche aus dem Ausland. Siehe das Logo von Crystal Palace und das Logo von Crystal Palace Sao Paulo. Sehr starke Ähnlichkeit. In meiner Recherche habe ich auch folgenden Fußballverein gefunden, der einen ganz besonderen deutschen sehr ähnlich sieht. Auch Takuari Ossosion aus der paraguayischen ersten Liga hatte vor kurzem ein von FC Santos sehr stark inspiriertes Logo. Ihr müsst aber wissen, dass paraguayische Fußballvereine in Sachen eigenes Emblem nicht so besonders kreativ sind. Wenn ihr wollt, dass ich auch darüber mal ein Video mache, dann schreibt es gerne in die Kommentare, denn alter ist das schlimm. Auch wenn sowas wie in Brasilien in Europa absolut unmöglich ist und man für jede kleinste Ähnlichkeit zu einem anderen Verein Briefe vom Anwalt bekommt, ist es in Lateinamerika ein Zeichen für Ehre und Unterstützung. Es werden auch nicht irgendwelche Vereine imitiert. Vereine, die relativ jung und schnell erfolgreich geworden sind, wie der 2001 gegründete EC Cuiabá, gibt es kaum nachgeahmte Klubs, sondern nur die mit gewisser Tradition. Der FC Santos, Flamengo, Amerika FC, Botafogo, Sao Paulo FC, Corinthians, Curitiba FC und so weiter, alles große und historische Vereine im Namen des brasilianischen Fußballs, die ohne nachgeahmte Klubs niemals in Vergessenheit geraten. Was ist eure Meinung zum Thema? Wie würdet ihr es finden, wenn euer Lieblingsverein von einem anderen kleineren Verein imitiert werden würde? Schreibt eure Meinung gerne in Kommentare. Sollte euch das Thema gefallen haben, freue ich mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und teilt das Video gerne mit euren Freunden. Wenn ihr wissen wollt, was die größten Städte sind, die sich noch nie für UEFA Champions League qualifiziert haben oder was die besten Fußballvereine von jeder Farbe sind, dann klicke hier auf das entsprechende Video in der Endcard. Liken und abonnieren nicht vergessen. Folgt mir auf Instagram, at NaironFootball. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.